Stunde später haben wir auch einen Gegner gefunden und diese Challenge, um die es heute geht, da wird sich der Kollege gegen den ich hier spiele, das ist anscheinend auch ein deutscher so ein FC-Genies, schlauer Mensch heißt der Kollege, also an dieser Stelle liebe Grüße an den schlauen Menschen. Es geht heute darum, bekomme so viele rote Karten wie möglich, versuche einen Spielabbruch zu erhalten. Der Kollege hat Ultimate Team Draft anscheinend noch nicht so ganz verstanden. Er hat eine 41er Chemie, das heißt wir können sogar versuchen rote Karten zu bekommen und das Spiel sogar noch zu gewinnen. Also 41 Chemie, ich meine, guck mal, der hat drei orangefarbene Balken, das ist eigentlich, eigentlich das, was ich jetzt hier mache, ist eigentlich, mir blutet das Herz, ich muss ganz ehrlich sagen, das waren 300 FIFA Points, für die hätte ich zwei schöne Packs bekommen, beziehungsweise das Spiel würde ich sogar wahrscheinlich noch gewinnen. Ich weiß es versuchen, das Spiel zum Abbruch zu zwirbeln, indem ich so viele rote Karten wie nur möglich bekomme und ihr werdet sehen, das wird richtig, richtig schwierig. Solltet ihr an der Challenge teilnehmen wollen, dann braucht ihr FIFA Ultimate Team, also den 300 Points oder 15.000 Münzen. Schönes Foul, schönes Foul, dafür kann man gleich Geld geben. Aber wir können mal ein Tor schießen, weil der wird auf jeden Fall nachher den einen oder anderen 11er bekommen. Und eine Verlängerung ist natürlich nie schlecht. So, das heißt Verlängerung kostet, gibt es mehr Zeit. Jetzt kann man natürlich sagen, hä, wieso mehr Zeit? Das Fouls einfach ein paar mal, holt hier ein paar gelbe Karten ab, Freunde. Ihr werdet sehen, das ist richtig, richtig schwierig, hier rote Karten zu bekommen. So, pass auf, wir fangen jetzt, das war das erste Foul nach acht Minuten. Rote Karte, jawohl! Rote Karte, jawohl! Wamsay, mach es gut, lieber Freund. So, erste rote Karte ist raus. So, ich glaube, bei fünf roten Karten wird abgebrochen. Und jetzt geht es natürlich darum, auf das aufgebaute, ja, oder auf das, was wir uns jetzt aufgebaut haben, weiter durchzuziehen. Abseits, genau gesehen. So, jetzt müssen wir eben nochmal hier, jetzt ist es ganz wichtig, die Lücken stopfen, Freunde. So, Wamsay ist da vorne raus. Da packen wir jetzt, nee, Mann, nee, lassen wir mal vorne. Der kann nämlich ein bisschen Sprinter, packen wir jetzt im Fall Kau hin. So, das heißt, unsere rote Karte fehlt hier zum Sturm. Dadurch sind wir hinten ein bisschen kompakter. Spielen jetzt auch auf Defensiv, um noch ein bisschen, ja, aber ihr seht schon, ohne Scheiß ist es wirklich schwierig, rote Karten zu erhalten. Auch wenn ihr von hinten da reinrutscht, vor allen Dingen, nach einer Zeit weiß das euer Gegner und versucht, das Ganze auch zu verhindern. Das ist das Problem. Das Problem ist nicht, die Fouls zu bekommen. Am Anfang ist es nicht das Problem. So, hier schön weggezwirbelt. Stark gefangen von Kürtis. Natürlich versuchen auch so ein bisschen, die, ja, im Mittelfeld zu faulen. Also da, wo es nicht weh tut, um da die Game Cards zu bekommen. Oh, jetzt lauf mal. Wenn ich das Spiel noch so gewinne. Zack. Ha, 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 Junge. Ist denn los, Junge? Machen wir doch neben mein Türchen hier. So, zack. So, weiter geht's. Wichtig. Es tut mir gerade so, 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 so leid. Schlauer Mensch, wenn du das siehst, oder wenn einer deiner Freunde das sieht, es tut mir echt leid. Faulen doch da. Es ist echt schwer, absichtlich zu faulen, wenn man es will. Da, der war schön. Der war schön. Da kann man Gelb geben, finde ich gleich. Da kann man Rot für geben. Das ist klares Rot, Freunde. Das ist ein klares Rot. Jawohl! Zweite rote Karte und vielleicht noch Gelb. Und vielleicht noch ein Tor. Aber das wird ein paar Gelb haben wir bekommen. Schön. Sehr nice. So, Sané, komm. Das könnte die dritte Rote sein, Freunde. Jawohl! Dritte rote Karte und das nach 27 Minuten. Wenn ihr mir das einschicken wollt, ganz wichtig, Freunde, wenn ihr daran teilnehmen wollt, es muss FIFA Ultimate Team Durhaft sein und es muss das ganze Gameplay zu sehen sein oder bzw. der entscheidende Part, weil, sagen wir mal ganz ehrlich, man kann nachher eine Menge ändern, videotechnisch. Und wenn das ganze Gameplay zu sehen ist, bin ich einfach auf Nummer sicher und weiß, alles klar, da wurde nichts manipuliert. Ihr habt die Möglichkeit, das über die Playstation aufzunehmen. Backt manchmal gerne ein bisschen rum. Ich wünsche euch, dass es klappt. Mann. Oh, das war so knapp. Das können wir echt schaffen, Freunde. Das können wir echt schaffen. Jetzt nicht aufgeben, Team. Dem wollte ich gar nicht faul. Elfmeter. Okay, Ronaldo. Ronaldo schießt immer nach oben rechts. Ich weiß es und ich halte ihn nicht. Na gut. Ich meine, dass das Spiel verloren war, davon bin ich ausgegangen. Jetzt müssen wir nur noch mal hier ficken. Schön. Kannst du mal hingehen. Gib dem Rot. Gelb. Nein. Übrigens, wenn ihr auf der Xbox spielen sollte, man sieht es ja, bitte Kinect ausschalten. Ich weiß nicht, ob das mit dem Fluchen noch ist. Ich habe keine Ahnung, ob das noch funktioniert oder nicht. Auf jeden Fall natürlich nicht mit Fluchen. Wenn ich da irgendwie das Ganze sehe, ich meine, das kriegt man ja mit, dann werdet ihr das gleich. Was überhaupt zu gewinnen gibt, das ist eine Überraschung. Ich habe auf jeden Fall ein paar schöne Dinge hier, das kann ich euch sagen. Also es ist auf jeden Fall nicht zu euren Ungunsten. Und vielleicht kriege ich sogar noch ein bisschen mehr raus. Also gerne, Leute wie hier LP Massive, Monte, ihr dürft gerne es auch mal probieren, das Ganze zu schlagen. Ich bin ja immer noch der Hoffnung, dass wir einen Abbruch hinkriegen. Boah, ein Ausgleich wäre schön gewesen. Drei rote Karten und ihr macht nur eben einen Ausgleich. Wobei, mein Mann ist weg. Und ich gehe da in jedem Ball rein. Nein! Ich möchte doch mal gerne wissen, was der gerade denkt. So Schneider denn? Boah, jetzt ist Schneider, jetzt ist es aber sauer. Jetzt denkt er hier, kann aber nicht sein. Abseits. Curtis kommt raus. Stark. Halbzeit, liebe Freunde, und wir haben drei rote Karten. Das ist auf jeden Fall schon mal Bombe. Diese Bilanz. Zwei gelbe. Mal kurz gucken, wie es hier auf dem Board aussieht. Ihr seht sogar. Oh, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Jetzt können wir Koscheni können wir mit Schneider denn tauschen. und Fabregas tausche ich jetzt gegen Navas. Und Pedro Pedro tausche ich gar nicht. Navas habe ich jetzt reingetan, weil Navas wesentlich schneller ist. Oh, vielleicht trage ich den mal nach vorne. Vielleicht können wir den nochmal durchschicken und können das Spiel eventuell sogar noch gewinnen, falls wir nicht verlieren, also falls wir es nicht schaffen. Das ist rot vorne. Das ist rot. Und da war es schnell und hat auch noch mehr Ausdauer, was natürlich schön ist, wenn er hinterher rennen soll. Habe ich nicht rausgeholt. So. Jetzt geht der schon auf all sowas. Macht der mit schon direkt? Mann ey. Und das ist das Problem. Jetzt kriegst du nämlich kaum noch falls gepfiffen. Also drei rote Karten muss ich ehrlich sagen. Oh, der ist gut. Der ist gut. Der ist gut. Der ist gut. Jawohl! Vierte rote, Freunde. Vierte rote. Nach 52 Minuten. Das ist gut. Das ist gut. Das geilste ist, dass es 2-1 steht. Das ist immer noch das geilste. Boah, jetzt ohne Scheiß. Ich gehe jetzt, Freunde. Das klingt jetzt vielleicht für euch total komisch, aber ich gehe jetzt auf Ausgleich. Scheiße! Weil, logische Begründung, ähm, ich bezweifle, dass ich jetzt in 40 Minuten das, das, das komplett durchziehe. Ähm, und hier, wobei der hat Geld, der hat Geld, ne? Gib ihm rot, gib ihm rot, gib ihm rot! Nein! Das meine ich! Du kriegst nämlich jetzt keine Karten mehr! Mann, 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 Mann! So, ins Tor stellen. Ganz mit deinem Roni schießen. Oh, der ist gut. Billiger Lattenziffer. So, wir haben, wen haben wir noch? Und wer hat noch kein Geld? So, dass wir hier Richards hat noch kein Geld, den packen wir hier hin und dafür packen wir dann den Pedro rein und der Lenz für Aspili Guetta und haben wir so eine 2,2, 2,2,1 Aufklärung quasi. Das finde ich recht cool. Das ist aber letterpackig hin und rein. Ich hoffe, das hat er jetzt angenommen. Jetzt haben wir auf jeden Fall Platz am Feld. Ganz einfach an den Ball gekommen. Das ist so cool. Nein! Wisst ihr, wie geil das ist, Freunde? Du hast halt kaum Spieler am Feld. Ich weiß nicht, ob ihr es gerade hört, aber hier hat gerade einer mächtig Spaß mit seinem Auto und seiner Anlage. Nein! Das war kacke. Das war kacke. 3,1 ist richtig scheiße. Vor allen Dingen, der schlaue Mensch freut sich jetzt voll mit so einem Ranz-Team irgendwie. Ich weiß gar nicht, was er sich überlegt hat. 3,2 ist richtig scheiße. Fub! 3,2, Freunde. Du kannst ein Biest einfach nicht zurückhalten. Ich habe vier rote Karten und es steht 3,2. Also das ist auf jeden Fall gelbe Karte, gib ihm gelb, gib ihm gelb. Das ist ein richtiger Bastard. Richtig! Gelbe Karte ist gut. Jetzt haben wir schon zwei Spieler mit einer gelben Karte umfeld, was natürlich die Chance erhöht, bei einem Foul dann rot zu bekommen und ich hoffe, dass er hier bei 5... Oh, da ist er da! Nein! Hab das gesehen! Ich bin ja auswendig, ne? Lass uns nicht hinten einigeln, nur weil wir viermal weniger sind. Ja gut, da ist keiner mehr. Das ist ein gutes Foul gewesen. Gelbe Karte nehme ich für das für den Elfmeter in Kauf, Freunde. Gerne. Und Ronaldo schießt jetzt ein bisschen nach links. Hätte er den getroffen. Hätte er den nicht treffen können. Da, seht ihr das? Der ist da rüber gesprungen. So, schön in die Mitte. Und jetzt erst mal das Wichtigste. Alle mit einer gelben Karte hinten auf einer Linie Wir spielen jetzt, ne? Was spielen wir denn? Nur 2-1-2, ne? Dann blickst du gar nicht mehr durch. Pfeift doch kein Vorteil, du Missy! Gehinden, gib dem ne Karte! Nein! Das war's! Halt den! So, jetzt muss ich das Tor machen. Ich krieg ihn nicht getötet. Ich krieg ihn nicht. 85. Minute. Ich krieg ihn nicht. Ja, wenn er eins kann. Der Jesus. Er ist halt den Ball verlieren im Strafraum. Nein. Nein! 4-3! Man! Nee, 4-2. 4-2, Entschuldigung. Ja, das ist geklappt. Und heute ein schöner Tor. Keine große Überraschung, dass der Zorhüter heute nochmal hinter sich greifen muss. Er ist heute sehr unsicher, aber an ihm alleine kann es eigentlich auch nicht liegen. Es geht noch weiter. Vier Minuten gibt es extra. das ist so cool. Ronaldo schießt! Der wäre gut gekommen, aber der Schuss wird abgeblockt. Nimm den Ball. Nein! Fuck! Fuck, Leute. Ohne Scheiß. Ich hätte... Seht ihr, was ich meine? Ich habe es nicht geschafft. Ich habe es nicht geschafft, hier komplett rot zu zwirbeln. Meine Fresse. Das ist doch scheiße. Das ist kacke. So. Wo ist denn... Sieht man das hier? Rote Karten. 1, 2, 3, 4. In der 52. Rot bekommen. Und dann ging es nicht weiter. Dann ging es nicht weiter. Hier, diese Karte, diese Kartei brauche ich dann von euch noch zusätzlich. Vier gelbe, vier rote Karten. Ich bin gespannt, wer von euch das überbieten kann. Bitte nur komplette Gameplays. Ich bin wirklich drauf gespannt. Über Facebook beispielsweise könnt ihr mir die Links zukommen lassen. Oder auch über Twitter. At CMD Krieger. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Es ist wirklich eine geile Challenge. Ich meine, es war sogar noch wirklich knapp. Ich habe mit drei Schüssen einen Schuss aufs Tor, zwei Tore erzielt. Sehr gut. Hätte fast noch eine Verlängerung geschafft. Aber naja, nachher hat man gemerkt, mit vier Leuten weniger wird es halt echt schwer. Und ja, leider habe ich aus den drei gelben Karten, die ich noch auf dem Feld hatte, nichts machen können. Leider, leider, leider. Ich wünsche euch viel mehr, aber ich wünsche euch mehr Erfolg. 11 Fouls habe ich geschafft. Schafft ihr es, einen Abbruch hinzubekommen? Dann nehmt die Challenge an. Es muss FIFA Ultimate Team Draft sein. Das Ganze sieht man hier oben auch nochmal. Oben rechts steht Draft Partie. Das muss auch drinstehen, liebe Freunde. Ansonsten zählt nicht. Warum? Weil ihr sonst faken könnt. So, ich bin raus. Gut Schuss. Bis zum nächsten Mal. Euer Commander. Tschüss. Tschüss.